Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming und dem wöchentlichen Gaming-Podcast. Es ist nämlich schon wieder Sonntag und ja, wir sind wieder zurück. Ihr habt die Woche nicht sehr viel von mir gehört, das hat den einfachen Grund, weil ich immer noch sehr stark erkältet bin. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass dieser Podcast etwas abgehackt wirken wird. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, weil ich kann nicht vorhersehen, wann ich husten muss. Ja, die Woche ist dadurch natürlich auch relativ wenig passiert. Ich habe natürlich nicht wirklich viel Neues gezockt. Ich konnte mich auch nicht wirklich darauf konzentrieren. Allerdings sind natürlich meine Gedanken die Woche sehr, sehr viel gekreist und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja, nein, das betrifft nicht direkt meinen Gaming-Channel Big Frank Gaming auf YouTube, der übrigens wunderbar weiter wächst. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, damit hätte ich nicht gerechnet, ja, dass wir jetzt schon fast die 600 Abos voll haben. Und ja, ich bin immer noch am überlegen, ob ich das wirklich mache, dass ich ein kleines Mini-Gewinn-Spielchen nochmal mache, sobald wir die 600 erreicht haben. Packe ich euch eine kleine Merch-Kiste zusammen und dann ab dafür. Ich habe ja noch so viel Zeug hier rumfliegen, dass, wenn ich ehrlich bin, ich eigentlich nicht wirklich benötige. Ja, ich bin so ein kleiner Sammel-Messi. Ja, das heißt, ich sammle Spiele, ich sammle Merch, Collectors-Editions und sowas, Hardware, alles Mögliche. Am liebsten von allem ganz, ganz, ganz viel, ja, weil ich mich da tierisch dran erfreue. Aber, naja, ich kann nicht alles behalten. Aber ich habe gesagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Dazu hole ich aber trotzdem nochmal ein bisschen weiter aus. Und das hat jetzt tatsächlich relativ wenig mit Gaming zu tun, weil, ja, ich sag mal, wir haben in diesem Jahr 2023 alle mit Sicherheit schon gespürt, dass die Welt nicht mehr das ist, was sie mal war. Ja, also, ich sag mal, das ist ja jetzt quasi egal, ob es jetzt um den Krieg in der Ukraine geht, ob es um neue Atomprojekte von Nordkorea geht, ob es um Strompreise geht, um Impfungszwang, um Corona-Wellen, Lockdown, Stromausfälle, Benzinpreise, Wohnungspreise, bla, bla, bla. Wir spüren auch hier in Deutschland alle, dass das, ich sag mal so, die fetten Jahre so ein bisschen vorbei sind, mehr oder minder, ja. Und, ja, ich habe gemerkt, jetzt gerade in dieser Woche, wo ich sehr, sehr viel nachgedacht habe, wie mir auch mir die ganze Sache tierisch aufs Gemüt drückt mit der Zeit immer mehr, ja. Ich sag mal, wenn ich so fünf Jahre zurückdenke, dann war ich ein extrem euphorischer und glücklicher Mensch. Heute bin ich deutlich realistischer, ja, und das ist nicht, weil ich so dermaßen viel älter geworden bin. Ich bin jetzt 44 Jahre, also das heißt, ich war 39, das heißt, ich war auch nicht wirklich gerade super jung oder sowas, ja. Aber ich sag mal so ein bisschen, man merkt auch in der Allgemeinheit, dass die Menschen immer mehr schlechte Laune haben. Jeder nur noch an sich selber denkt und, ja, irgendwie fände ich das nicht cool, so. Das drückt mir aufs Gemüt und da kann ich mir vorstellen, das drückt anderen auch aufs Gemüt. Gerade jetzt in der aufkommenden Weihnachtszeit werden wir wieder hören, wie viele, ach so arme Menschen doch kein Geld für Weihnachtsgeschenke haben, ja. Weihnachtsdeko hängen wir sowieso schon keine mehr auf, weil der Strom zu teuer ist, ja. Die großen Bling-Bling-Sachen kann man sich sparen, eventuell haben wir sogar ein Feuerwerksverkaufsverbot zu Silvester wieder. Wir werden sehen. Da kommt mit Sicherheit noch einiges auf uns zu. Ja, gerade über die Weihnachtszeit wird auch unsere Regierung den nächsten Hammer nach dem anderen raushauen, in der Hoffnung, dass es keine Sau merkt. Ja, also das war ja schon immer so. Karneval, Weihnachten und sowas, da werden immer die wichtigsten Entscheidungen getroffen, die grundsätzlich immer Kontra-Menschen sind, damit kein Mensch das mitbekommt. Und, das ist leider so. Und, ja, da habe ich mir ganz einfach gedacht, was kann ich euch zurückgeben? Was kann ich für euch tun? Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, ich werde den Gameolution Adventskalender auch dieses Jahr wieder durchziehen. Eigentlich hatte ich letztes Jahr aufgrund der, ich sag mal, etwas unzufriedenstellenden Teilnahmen entschlossen, dass das nicht mehr passiert. Der Gameolution Adventskalender ist ein Wahnsinnsaufwand. Ja, also wir reden da davon, dass wir Stunden um Stunden an Arbeit da reinstecken, dass wir hunderte von Euros da reinstecken, was Versand und sowas angeht, Versicherung, Ersatzpreise. Ja, und gerade auch Publisher und PR-Agenturen und sowas, die sind in den letzten Jahren immer, ich sag mal, geiziger geworden. Ja, das heißt, wir verbessern unsere Zahlen, wir verbessern unsere Werte und trotzdem werden die Preise immer kleiner und kleiner und kleiner. Ja, teilweise sind die auch letztes Jahr extremst unzuverlässig geworden, sodass wir teilweise Preise erst hier bei uns liegen hatten, nachdem wir sie schon verlost hatten. Ja, das heißt, wenn ich einen Preis verlose, den ich nicht hier habe, gehe ich natürlich das Risiko ein, dass ich den Preis nachkaufen muss. Kann man natürlich machen, wenn sich das um ein 20-Euro-Spiel, 30-Euro-Spiel dreht, ist das kein Problem. Wenn ich aber beispielsweise eine 250-Euro-Collector's Edition verlose, die ausverkauft ist und ich dann für 500 Euro kaufen müsste, dann ist das ein Problem. Ja, wenn beispielsweise Facebook mir das MetaQuest 3-Headset zusagen würde als Preis und dann nicht schicken würde, hätte ich ein Problem, weil dann muss ich das Ding kaufen und demjenigen zuschicken. Ja, ich sag zwar immer in den allgemeinen Gewinnspielbedingungen, wenn die Sachen nicht kommen oder das höhere Gewalt eintritt oder das Paket verloren geht, das ist dein Problem, nicht mein Problem. Ja, da kann ich dann nichts für, das kann ich nicht ersetzen. Aber ich sehe es dann natürlich trotzdem irgendwo als meine persönliche Pflicht an, dafür zu sorgen, dass gerade bei so einer kleinen Seite wie uns die Preise auch wirklich ankommen. Ja, ich habe immer dafür gesorgt, dass die Leute alles bekommen haben und das hat mich teilweise richtig viel Kohle gekostet. Und natürlich trifft auch mich das Ganze. Ja, wir bezahlen mittlerweile locker das Doppelte bis Dreifache für Werbung. Ja, Gott sei Dank sind wenigstens die Serverkosten gleich geblieben und sind nicht auch noch teurer geworden. Aber auch die Hardware wird natürlich immer teurer, die wir anschaffen müssen, falls ihr euch daran erinnert. Meine Gaming-Website Gameolution ist jetzt kein Unternehmen, das irgendwie Geld abwirft. Ja, also wir machen da keine Einnahmen mit. Ja, klar, ich mache Instant Gaming-Werbung, da kommt dann vielleicht mal so alle 100 Jahre ins Spiel rum. Also ich kann ganz ehrlich sagen, letztes Jahr hatte ich glaube ich 20 Cent Prämie oder so von Instant Gaming. Also das ist nicht viel. Ja, aber nur weil halt eben zu wenig Leute da auf die Links klicken und Spieler drüber dann kaufen. Dann machen wir ja Amazon-Werbung regelmäßig, sind Amazon-Links drin. Ja, ganz ehrlich, also ich glaube letztes Jahr waren es 110 Euro, die zusammengekommen sind. Also das kann man eigentlich nicht mit einrechnen. Das habe ich allein in einem Monat mehr an Werbung ausgegeben. Also das bringt gar nichts. Ja, das ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und demnach könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ich nicht nur arbeiten gehe, um mein Leben zu finanzieren, meine Wohnung zu bezahlen, meiner Frau was Schönes zu kaufen, sondern auch um Gameolution zu finanzieren. Klar, ich bin Zocker. Ich kaufe mir die Sachen, weil ich gerne zocke, weil ich gerne mit der PlayStation 5 zocke, gerne VR zocke und so weiter. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Sachen unbedingt haben muss, weil wir die Sachen ja auch testen müssen. Aber natürlich ist das auch so, dass wir die Sachen testen wollen und müssen und die Plattformen haben müssen. Ja, also Sony schickt uns keine PlayStation 5 oder PlayStation 6, genauso wie Microsoft uns keine Xbox Series X geschickt hat. Die 1000 Euro für die beiden Konsolen habe ich selber investiert. Ja, nur dafür, dass wir eben die Sachen auf den Plattformen testen können. Ja, das PlayStation VR 2 habe ich auch vorbestellt. Das habe ich mir zusammengespart. Dann kam irgendwas dazwischen, da musste ich die Kohle ausgeben. Dann habe ich es mir wieder zusammengespart. Dann kam wieder was dazwischen. Also ich habe das innerhalb von einem Jahr bestimmt viermal zusammengespart. Ja, und am Ende haben wir es gekauft und ja, gerade so bezahlt bekommen. Also bei mir läuft das auch nicht so ganz einfach. Daher ist das natürlich immer ärgerlich, wenn dann relativ wenig Leute teilnehmen und PR-Agenturen sehr, sehr, sehr unzuverlässig sind. Und ich dann da teure Preise nachkaufen muss. Das ist natürlich immer scheiße. Ja, ich überlege ja alleine schon meistens, wenn ich theoretisch zwei Gewinne pro Tag hätte, 48 Pakete zu verschicken, ist auch Geld. Ja, also das kriege ich dann von den Publishern meistens auch nicht in den Rachen geblasen, dass die sagen, so ja, hier ist noch ein Versandetikett dazu. Ja, reicht ja, wenn wir die Preise stellen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, das dieses Jahr wieder durchzuziehen. Gerade weil die Stimmung so extrem gedrückt ist und ich sag mal auch, mir macht das ja Freude, euch was zurückzugeben. Ja, es geht ja nicht nur um die zigtausend Besucher, die dann rankommen auf Gameolution, auf die Videoaufrufe, die ich bei Big Funk Gaming erzielen kann, falls ich Gewinnspielvideos mache wieder. Sondern auch ein bisschen darum, ein bisschen Freude zu verteilen, weil ich sag mal, wir haben nicht so extremst viele Teilnehmer. Ja, letztes Jahr hatten wir Roundabout, ja maximal, also am besten Tag waren es glaube ich 12.000 Teilnehmer. Ja, das ist erstmal viel, aber wenn ich natürlich eine Gewinnspielfrage stelle und die Hälfte der Antworten falsch ist, dann wachsen natürlich die Chancen sehr, sehr hoch. Ja, und das war nur der beste Tag. Die schlechtesten Tage, ja, da, also wir hatten Preise, da konnte ich nicht mal alle Preise rausgeben, ne, an diesem Tag. Ich glaube, wir hatten 10 Spiele-Codes oder so und die haben wir nicht rausbekommen. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns reinzuschauen und mitzumachen. Ja, ich bin natürlich stolz darauf, dass das Gameolution-Adventskalender-Gewinnspiel mittlerweile recht weit verbreitet ist und auch auf einigen Seiten wirklich verlinkt wird. Aber, ja, wie gesagt, ich wollte es letztes Jahr eigentlich nicht mehr machen, weil der Aufwand zu groß ist und die damit verbundenen Kosten zu hoch sind. Aber, was soll's, für euch nehme ich mir ein Herz und dann haue ich die ganze Sache nochmal raus. Ich bin jetzt gerade in der Besorgungsphase, in Anführungszeichen. Ich hätte theoretisch auch schon Preise hier aus meinem Privatbestand, die ich verlosen könnte. Aber ich hoffe natürlich, dass wir das dieses Jahr alles wieder über die Publisher hinkriegen. Also letztes Jahr musste ich ja auch vier oder fünf Preise von mir selbst mit dazu schmeißen. Ja, wir haben natürlich dieses Jahr auch deutlich bessere Zahlen wie letztes Jahr. Wir lagen letztes Jahr bei roundabout 12.000 bis 15.000 Besuchern im Monat. Jetzt liegen wir bei roundabout 60.000. Unsere Suchmaschinenwerte haben sich massiv verbessert für Leute, denen das was sagt. Also, da haben wir einiges investiert in den letzten Monaten und ich denke doch, dass uns das auch deutlich helfen wird. Ja, ich hoffe natürlich, dass alle, die ihr diesen Podcast hört und so viele sind es ja nicht, die regelmäßig reinhören, aber dass ihr auf jeden Fall in der Adventszeit dabei sein werdet. Es werden natürlich noch nähere Infos folgen, ob das wirklich geklappt hat mit dem Adventskalender, weil ich sag mal, wenn wir jetzt sechs oder sieben Preise zusammenkriegen, dann veranstalte ich keinen Adventskalender. Dann mache ich ein großes Gewinnspiel, das dann, was weiß ich, von Nikolaus bis Heiligabend geht und verschicke dann bis Ende des Jahres die Preise oder so. Aber ich hoffe, dass wir das wirklich hinbekommen, dass wir wieder einen großen Adventskalender machen können. So, ich trinke mal kurz an meinem heißen Tee. Ja, der heiße Tee war Vic Daymate, okay. Keine Schleichwerbung. Wenn das Zeug nur noch lauwarm ist, schmeckt es komisch. Ui. Ja, mein Husten ist zwar ein bisschen besser geworden, tagsüber geht es halbwegs, aber wenn ihr genau hinhört, hört ihr, dass meine Stimme noch ordentlich belegt ist. Das Problem ist hauptsächlich nachts, ja. Also nachts gehe ich richtig ab und ja, selbst die Nachbarn beschweren sich mittlerweile und das kriege ich natürlich auch quittiert mit Kopfschmerzen und sowas alles, ne. Zocken ist echt schwierig. Ich wollte jetzt das neue Gebiet in Genschen Impact gestern mal anzocken, weil ich zufällig gestern erst gemerkt habe, hoch, da ist ja ein neues Update gekommen. Ja, seht ihr mal, wie aufmerksam ich bin. Und selbst das habe ich nicht vernünftig auf die Reihe gekriegt. Ich konnte mich null konzentrieren und das Einzige, was ich da noch machen konnte, war so ein bisschen Starfield. Ja, da habe ich jetzt mittlerweile, ja, ich denke mal an die 150, 200 Stunden, na, 150 aber bestimmt. Und ich habe jetzt einen zweiten Run gestartet, der komplett ehrlich gespielt werden soll. Im ersten habe ich ja gecheatet, ich gebe es ja zu. Da wollte ich einfach ein bisschen rum experimentieren, habe Fett mit Kohle um mich geschmissen und so. Im zweiten Run will ich jetzt einfach mal die Achievements und sowas alles mitnehmen und die komplette Mainstory komplett ignorieren. Mehr oder minder, ja. Also einfach mal so ein bisschen chillen im Game, wie man so schön sagt. Nein, da habe ich einfach Bock drauf. Ich kann mich auch auf nicht wirklich viel konzentrieren. Abends habe ich jetzt angefangen, One Piece zu gucken. Bin mittlerweile bei Staffel 4. Ja, ihr merkt schon, also da läuft wirklich nicht viel bei mir. Äh, zockertechnisch, ja. Was habe ich gezockt? Ich habe tatsächlich mir jetzt War Tales of the Switch angeguckt. Super Bomberman A2 auf PS5. Sunkenland auf PC habe ich mir angeguckt. Ganz ehrlich, Leute, habt ihr Sunkenland gespielt? Bitte erklärt mir, was ihr an dem Spiel so toll findet. Benutzt bitte das Kommentarfeld und erklärt mir, was an Sunkenland so toll ist. Also für mich wirkt Sunkenland, ja, es ist in einem extrem frühen Entwicklungsstatus. Es ist extrem frühes Early Access. Das Spiel ist seit einem Monat erst im Early Access drin. Hat seitdem ein einziges Update gekriegt. Aber das Spiel wirkt nicht nur unfertig, es wirkt einfach falsch. Ja, also in meinen Augen, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt damit irgendwie auf die Füße trete, aber in dem Spiel ist nichts gut. Ich finde, Sunkenland ist irgendwie schlecht. Es hat mich bis jetzt nicht wirklich gecatcht. Die Idee dahinter finde ich geil. Tauchen, Städte erkunden und Ressourcen sammeln, hochkommen, gegen andere Fraktionen kämpfen müssen und sowas. Finde ich cool. Ja, keine Frage. Auch, dass das endlich mal ein Survival-Spiel ist, in dem ich vernünftige Waffen haben werde, Fahrzeuge haben werde, wie Boote, Hubschrauber und sowas. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ja, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber irgendwie allein schon diese stoischen Animationen, diese schlecht aufgelösten Modelle, ja, die extrem schlechte Übersetzung catcht mich nicht. Absolut nicht. Super Bomberman R2, es wird viele Spieler vor den Kopf stoßen, sage ich mal. Also, wer moderne Spiele mag, wird bei dem Spiel echt nicht mitkommen. Ja, also du musst schon echt für Super Bomberman R2, glaube ich, Fan von Bomberman-Spielen sein. Dann ist das auch cool gemacht. Also, ich habe vorher jetzt schon lange keine Bomberman-Spiele mehr gespielt. Ich kenne eigentlich nur die Klassiker. Daher kommt mir das natürlich ganz gelegen. Das ist echt immer noch klassisches Spielen. Ja, ihr rennt da in den Arenen rum, sprengt Sachen in die Luft, jagt Feinde in die Luft, habt aber tatsächlich diverse Verteidigungsmodi, könnt in der Arena ein paar Sachen bauen, wie Kanonen, die euch helfen bei der Verteidigung, Mauern und sowas, wo die Gegner nicht durchkommen. Ihr habt eine Art rollenspielmäßigen, also mini-rollenspielmäßigen Story-Verlauf. Das ist eigentlich ganz okay. Das ist gut gemacht. Ich finde, Super Bomberman R2 ist, muss ich auch gleich noch einen Artikel zu schreiben, um Himmels Willen, ist sehr, sehr nah am Klassiker geblieben und bleibt seiner eigenen Linie treu. Er findet aber trotzdem so ein ganz kleines bisschen das Spielgeschehen neu. Ja, das übertreibt es nicht. Also, es bringt jetzt nicht irgendwie was rein, was nicht sein dürfte, aber es wirkt moderner, aufgefrischter. Dieser Story-Modus mit, hey, weißer, hey, blauer, hey, grüner. Ich weiß nicht, das ist nicht so geil, aber vielleicht hätte man den Bombermans auch Namen geben sollen, aber es ist gut gemacht. Also, gerade für Fans ist es eine coole Geschichte. Der Ego hat sich jetzt für euch Mortal Kombat 1 angeguckt. Ja, ich bin ganz ehrlich, da bin ich auch noch scharf drauf, aber alleine aufgrund der fehlenden Zeit und jetzt mit meinem Kopf, ich meine, ich hätte jetzt natürlich die Chance, das Spiel zu spielen, würde ich vielleicht auch gerade noch hinkriegen, so ein Prügelspiel wie Mortal Kombat, aber, ja, ich weiß nicht, ob ich so aufnahmefähig dafür wäre. Trotzdem würde ich es gerne noch irgendwann holen, also, wenn es mal irgendwer von euch Schweine billig gebraucht irgendwo sieht oder für 30 Euro irgendwo im Laden steht, denkt an mich, ja. Ja, War Tales auf der Switch ist auch noch so eine Sache. Ich habe es mal angezockt, es ist aber schwer, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen. Es liegt aber garantiert daran, dass ich momentan echt nicht fit bin. Also, eigentlich ist es ja eines der besten Rollenspiel, Strategiespiele, die es gibt, War Tales. Also, da kommt noch einiges auf mich zu, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, Train Sim World 4 habe ich auch ein bisschen gespielt, muss ich allerdings tatsächlich gestehen, bin ich nicht sehr, sehr weit mitgekommen, muss ich noch länger spielen, um vor allem die neuen Features kennenzulernen, die der vierte Teil jetzt bietet, weil alleine das Tutorial ist schon mal quasi das Gleiche wie in Train Sim World 3, nur mit anderen Zügen, glaube ich. Ich kann mich gar nicht mehr so an den dritten Teil erinnern, obwohl er noch gar nicht so lange her ist. Ai, 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 ai. So, jetzt sind die Medikamente auch drin. Schrecklich. Jetzt habe ich meinen Vic Day mit endlich rum. Das Zeug hilft echt ganz gut. Ihr habt noch nicht einmal husten müssen, keinen einzigen Cut gesetzt, bis jetzt in 20 Minuten fast. Gut, was gibt es noch groß zu sagen? Die MetaQuest 3 ist jetzt offiziell vorbestellbar. Die soll bereits am 10. Oktober kommen, also in neun Tagen. Wir bemühen uns natürlich darum, dass wir für euch ein Muster bekommen und euch was dazu sagen können. Aber ich fürchte, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Da sind sehr, sehr viele ja schon mit ihren Reviews draußen. Ich meine, ein MetaQuest 3 Review gibt mir 48 Stunden. Gut, danach müsste ich erst mal schlafen, aber nach 48 Stunden, aber ich glaube, da hätte ich echt Bock drauf. Ich habe im Mediamarkt jetzt direkt einen Vergleich gesehen. Die haben von Meta wohl offensichtlich so einen Werbeaufsteller gekriegt. Die werdet ihr tatsächlich auch bei Mediamarkt kaufen können, die Quest 3. Also die ist ja schon deutlich schlanker wie die Quest 2 und sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also da kann man verstehen, die ist zwar nicht leichter wie die Quest 2, aber durch den schlankeren Aufbau wird das Ding deutlich besser sitzen. Ja, die Controller sind wesentlich kleiner geworden. Dadurch, dass dieser Halo Ring fehlt, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. doch hätte ich jetzt echt Bock drauf. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mich selber auch ein bisschen bremsen. Ich meine, die Quest 2 benutze ich fast jeden Tag. Aber ich habe jetzt, und das ist echt peinlich, Leute, von Sony eine Mail bekommen. Hey, hi Frank, hier sind deine PlayStation VR 2 Statistiken. Und ich muss dazu sagen, ich hatte meinen Account vor ein paar Tagen mal dem Egor geliehen. der hat sich eine PlayStation VR 2 geholt und der wollte dann ein bisschen darauf zocken und seine Kiddies zocken lassen und so. Die hat er sich günstig wohl gebraucht bei Kleinanzeigen geschossen oder sowas. Ja, der hatte da also richtig Bock drauf. Ich kriege ja dann auch, wenn er meinen Account benutzt, sämtliche Mitteilungen, was er sich alles installiert hat aufs Handy und er hat quasi fast alle Spiele runtergeladen und kriege dann eine Mail, ihre Statistiken und ich lese da drin, ja, sie haben acht Stunden gespielt. Ich habe jetzt keine Ahnung, auf welchen Zeitraum sich diese Statistik bezogen hat, aber da denke ich mir auch nur, Junge, du hast hier eine 600 Euro Peripherie liegen, ja, die auch noch richtig super geil ist, weil PlayStation VR 2 ist echt geil, Leute. Das ist echt ein richtig geiles Teil. Ja, für mich bisher, ich habe die Quest 3 noch nicht getestet, aber bisher ist die PS VR 2 das geilste VR Headset, das ich je hatte. Ja, mit diesem Foveated Rendering, dass die Auflösung in den Bereichen, in die ihr gerade nicht reinguckt, stark verringert wird, um Leistung zu sparen, ist das Ding natürlich schon echt cool und ihr habt nicht mehr diesen Fliegengitter-Effekt, das wirkt nur noch, als würdet ihr so durch eine leicht schmutzige Scheibe gucken. Na, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne, die macht Laune. Also, wenn die Quest 3 dann noch besser ist, weiß ich nicht, wie lange ich mich da zurückhalten kann. Aber wie gesagt, wenn ich sie privat kaufen muss, dann warte ich bei der Quest 3 auf jeden Fall auf die 512 GB Variante, weil von der 2er habe ich jetzt auch die 128er und ich sage mal, das ist doch ein bisschen sehr eng, 128 GB. Gerade angesichts der Tatsache, dass für die Quest 3 ja jetzt auch Spiele wie Assassin's Creed rauskommen sollen, ne. Das wird sich sicherlich nicht auf 5 GB beschränken. Also, da glaube ich definitiv nicht dran. Ja, vor allem, ich schwärme ja immer von der VR2, weil ich ja auch Lenkrad und Pedale hier stehen habe. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Aber was ich tatsächlich jetzt auch die Tage gemacht habe, ist mit einer kleinen Gruppe Star Citizen gespielt. Erinnert ihr euch noch dran? Star Citizen? Chris Roberts? Das beste Crowdfunding aller Zeiten? Das Spiel, das wahrscheinlich niemals fertig werden wird. Und doch, gerade wenn ihr es zu mehreren spielt, ist diese Weltraum-Simulation also um Weiten besser als Starfield. Ganz ehrlich. Einzige Problem bei Star Citizen ist, dieses Spiel ist so dermaßen noch verbuggt. Klar, wir sind in der Alpha, aber trotzdem. Momentan konzentrieren sich die Entwickler von Star Citizen aber auch tatsächlich nicht auf Star Citizen selbst. Also, nicht aufs Persistent Universe, sondern auf Squadron 42. Das ist das Ego-Shooter-Modell des Spiels. Und das soll tatsächlich ein eigenständiges Spiel werden. Also, die Entwicklung von Star Citizen selbst und Squadron 42 ist ein bisschen auseinandergegangen. Ja, Squadron 42 wird dann wohl über kurz oder lang wenige Features von Star Citizen besitzen, aber zum eigenständigen Spiel werden und die Sachen von Squadron 42 werden dann implementiert auch ins persistente Universum von Star Citizen. Das heißt, dass ihr da ja, also die Ego-Shooter-Geschichten wesentlich mehr, wesentlich besser und wesentlich heftiger haben werdet, wie ihr es bisher habt. Ich sage mal, die Entwicklung von Star Citizen macht so in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck, als tut sich da nicht so viel. Dabei, ja, wenn man es ein bisschen verfolgt, ist doch vieles passiert. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Woche, danke an der Stelle an Nico, an Vasi, an Leon, habe ich tatsächlich noch nie so viel Star Citizen am Stück gespielt. Das ist tatsächlich so süchtig machend, dieses Spiel, weil es auch sehr, sehr viel Zeit braucht und trotzdem teilweise cool ist, gerade vor allem, wenn man dann zusammen agiert und nicht alleine, dass ich tatsächlich meinen kompletten Tag durchgezockt habe, ohne es zu merken. Ja, wir waren dann im Discord alle miteinander verbunden, haben ein bisschen gequatscht, haben hauptsächlich gezockt und haben Erze abgebaut, haben Erze abgeliefert, abgeholt und all so Sachen und haben erstmal ein bisschen Kohle für unsere Organisation verdient. Ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist schon echt nicht ungeil. Ja, also das macht schon echt Laune. Und ganz ehrlich, ich werde auch, sobald die nächste große Aktion in Star Citizen läuft, wieder für euch Werbung machen. Ja, ich will euch da alle mit reinziehen. Ja, es gibt bei den großen Aktionen bei Star Citizen gibt es immer irgendwelche coolen Boni. Ja, so dass ihr zum Beispiel nur euer Starter-Schiff in das Starter-Paket kauft mit sechs Monaten Versicherung, was erst dann interessant wird, wenn der Release da ist, dass ihr dann auch, was weiß ich noch, so ein Hover-Bike bekommt, das nochmal 60 Euro kosten würde mit lebenslanger Versicherung. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt diese kleinen Sachen, die ihr dann dazu bekommt, gegen Geld wieder upgraden. Ja, das heißt, das finde ich eine äußerst geile Funktion an Star Citizen überhaupt, alleine von der Idee her auch. Ihr kauft ein Starter-Schiff für 40 Euro im Paket, ja, oder für 45 Euro im Paket, ich habe die Preise jetzt gerade nicht im Kopf, und sagt dann, ja, Spiel ist cool, gefällt mir, ich hätte aber gerne ein größeres Schiff. Dann könnt ihr euer Starter-Schiff eintauschen und eine Zahlung geben. Das heißt, das größere Schiff kostet, was weiß ich, 80 Euro. Ja, dann könnt ihr euer Starter-Schiff in Zahlung geben und bezahlt nur 45 Euro. Also eine kleine Gebühr wird dann schon mit eingerechnet, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, aber trotzdem ist euer Geld nicht weg, das ihr investiert habt. Nur weil ihr jetzt sagt, ja, ich habe da so ein kleines, futzeliges Starter-Schiff, das will ich nicht mehr fliegen, das ist doof. Ihr könnt es eintauschen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, solange das Spiel noch nicht offiziell released ist. Also das wissen ja viele nicht oder haben viele nicht gelesen. Der Echtgeld-Shop wird geschlossen, sobald das Spiel draußen ist. Ja, das ist jetzt nur, um im Prinzip die Entwicklung zu finanzieren. Macht jetzt aber natürlich gerade nicht nur zur Finanzierung der Entwicklung Sinn, sondern auch für Spieler, weil ihr müsst euch die Spiele dann nicht ingame kaufen. Äh, die Flieger, die Raumschiffe. Ja, weil, da sage ich mal, es ist doch ganz schön aufwendig, sich da so ein Schiff selber kaufen zu können. Ihr könnt beispielsweise ein Mining-Schiff könnt ihr mieten. Das kostet roundabout 50, 55.000 Credits. Die müsst ihr erstmal haben, versteht sich. Und, ähm, damit könnt ihr dann Erze abbauen. Wenn ihr wisst, was ihr tut, alles kein Problem. Ja. Dann könnt ihr damit, äh, relativ schnell, also mit der ersten Ladung habt ihr dann schon fast die Miete für einen Tag drin. Ja. So, Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Raffinerien. Ich glaube, äh, neun Stück hatte der Leon gesagt. Ich habe jetzt selber nicht durchgezählt. Ähm, da könnt ihr maximal drei Ladungen, ne, der Vasi hatte das erzählt, genau. Ähm, hat er da, könnt ihr maximal drei Ladungen abgeben. Ja, das heißt, also roundabout, ich sag mal, wie viel habe ich so drin, 30, 40.000, ähm, 40, 80, 120.000 mal neun sind, äh, 900, eine Million 80.000. Ja, ne, oder, ist auch egal, also roundabout etwas mehr als eine Million. Ähm, davon, äh, zieht ihr alleine schon mal die Miete fürs Schiff ab. Dann seid ihr nur noch bei einer Million. Ihr könnt die aber dann da in der Raffinerie raffinieren lassen. Faktor 3, 2,5 bis 3, steigt der Wert dann. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, ihr müsstet dann aber auch wieder Kohle haben, um ein Transportschiff zu kaufen und die ganzen Sachen von den, äh, Minenaußenposten wieder zur Börse zu transportieren, wo ihr die raffinierten Sachen verkaufen könnt. Dafür müsst ihr ein Frachtschiff haben, das müsste allerdings relativ groß sein. Äh, äh, ich guck mal, was sie kostet, ähm, ihr könnt zum Beispiel eine Constellation Andromeda mieten. So, die Constellation Klasse Würde, Würde, wo bist du denn? Wo ist sie? Ich finde sie gerade nicht. Ah, doch, hier. Würde ingame, wenn ihr sie ingame kauft, äh, 3,5 Millionen Kosten roundabout. ja, also die gibt's in verschiedenen Ausführungen, äh, 3,5 und 5,7 Millionen Credits. Das heißt, ihr müsstet alleine schon mindestens drei Tage, äh, alle Raffinerien voll ballern mit Erzen, was ehrlich gesagt schon echt Arbeit ist. Ja, das kann ich euch sagen. Hier sind aber keine Mietpreise mit drin in der, in der Liste. Also das sind jetzt die Kaufpreise gewesen, ne, für das Schiff. Nur um das Schiff kaufen zu können. Äh, hier sind die Mietpreise. Genau, da haben wir sie doch. Ah, wo haben wir dich denn? Constellation Andromeda. Das sind aber auch Kaufpreise. Hä? Ach, das sind die Mietpreise. Oh, jetzt hab ich ja ne. Ja, ihr merkt schon, ich bin nicht wirklich ganz fit, ja. Ich verwechselt schon die Kaufpreise mit den Mietpreisen und merk's nicht. Hm, wer will mir was verkaufen? So, also, sobald ich sie gefunden hab. Na, nehmen wir die hier. Äh, das ist aber auch ein Kaufpreis in Game schon wieder. Na, ihr könntet natürlich ein ganz, ganz großes, äh, Schiff mieten, die, äh, Hercules Starlifter. Die würde aber 5 Millionen Miete kosten. Das ist, wäre, wäre total unsinnig. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich find's jetzt gerade echt nicht hier irgendwie in dieser Liste. Die ist total unübersichtlich. Macht aber auch nix. Ihr zahlt auf jeden Fall eine relativ große Miete. Problem ist, ihr müsst natürlich dann, äh, entweder den ganzen Tag wirklich zocken und unterbrochen, damit ihr das an einem Tag hinkriegt, damit ihr irgendwie ein bisschen, äh, Kohle rankriegt, oder ihr müsst für längere Tage mieten. also für einen Tag, drei Tage, sieben Tage, dreißig Tage. Das ist natürlich dann auch ein weitaus höherer Preis, ne? Aber genug von Star Citizen. Das ist ein geiles Spiel und es macht Laune und, ja, definitiv, äh, natürlich am meisten Laune in der Gruppe, ne? Also, das ist ganz klar. Jo, dann wären wir auch schon fast am Ende angekommen von diesem Podcast, ne? Ja. Ich suche immer noch Möglichkeiten, wie ich den Adventskalender ein bisschen aufpeppen kann mit Ideen und so weiter. Ihr könnt euch einfach melden, wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt oder falls ihr wisst, wer da eventuell noch mitmachen wollen könnte vom Adventskalender her, ja? Ähm, wenn ihr da irgendwie, irgendwen bei einer Ladenkette kennt oder sowas, ich weiß es ja nicht. Ja, oder selber irgendwie Spiele von euch Promoter, dann könnt ihr euch natürlich auch liebend gerne bei mir melden. Jeder bekommt seine Chance, wir haben hier keine, äh, Untergrenze für Preise oder so, was, was ich immer jedes Jahr wieder gefragt werde, ja? Also, viele Seiten scheinen da doch zu sagen, so, ja, nee, also, wenn das unter 200 Euro wert ist, braucht ihr gar nicht ankommen bei uns. Das sehe ich absolut nicht so. Ja, solange wir keinen Müll angeboten kriegen, ja, ähm, nehmen wir alle Preise von allen Publishern an. Also, ich habe auch kein Problem damit ein 30-Euro-Spiel zu verlosen, ne, auch wenn es nur ein Einzelnes ist. Dann kommt vielleicht an dem Tag noch ein anderer Gewinn dazu oder so, aber da habe ich kein Problem mit. Naja, wie dem auf jeden Fall sei, ich merke gerade schon wieder, wie mein Hals anfängt zu kratzen und, ja, eine halbe Stunde, etwas mehr als eine halbe Stunde am Stück zu quatschen, war jetzt nicht so die geilste Idee, war es letzte Woche schon nicht. Aber, ich will euch an diesem Podcast hier nicht enttäuschen. Jetzt habe ich gerade die Zeit, also mache ich ihn auch, ne? Wie dem auch sei, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und, wenn alles gut geht, dann hoffe ich, dass ich spätestens Ende der Woche immer wieder ein paar neue Videos raushauen kann. euch ganz, ganz großes Dankeschön für mittlerweile fast 600 Abos. Ich bin echt total überwältigt und, ja, ich hoffe, ihr bleibt mir alle treu und schaltet regelmäßig wieder ein, abonniert den Kanal, macht das Glöckchen an und das wird sich auch für euch lohnen. Definitiv wird sich das für euch lohnen. Ich werde euch mit Gewinnspielen überholfen, wenn wir genug Abos kriegen. Ich gebe halt gerne was zurück. Und jetzt erstmal gebe ich zurück an das reale Leben. Viel Spaß den Rest des Sonntags und kommt gut in die Woche. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.